Ja, der kann da auch rein. Nehmen wir mal den Stack mit. Das da rein, den Stack mit, das bleibt hier. Steinspitze habe ich sogar noch eine. Cool. Merken. Machen wir da mal das rein. Pilz, Pilz, Pilz. Habe ich Pilze hier reingeschmissen? Tatsächlich. Gumpau da. Habe ich schon ein bisschen was. Knochen. Zuckerrohr, das kommt ja unten hin. Pfeile schmeiße ich mal da mit rein. Für den Lehm bräuchte ich auch. Habe ich hier Sand eigentlich mit rein? Ja, für den Lehm. Nehme ich mit. Das behalte ich mal eben im Inventar. So. Machen wir einmal kurz. Geht das jetzt? Ja, machen wir eine heile Spitzhacke raus. Warum nicht? Auch wenn die andere schon heile war. Egal. Besser als verbrennen. Ähm. Eine Falltür mal eben. Eine Falltür. Eine Purscha-Blade mal eben. So. Aber hier fehlt noch Kohle drin. Ohne nein. Aber 32 Eisenbahnen. Schön. Schön. Einfach nur schön. Wir gehen mal hoch in meine Truhe. Wieder alles dunkel. Zuckerrohr. Zuckerrohr mit da rein. Wir reisen mal eben kurz. In die Richtung. Oh, es regnet jetzt auch noch. Verdammt. Na ja. Regen gehört dazu, ne? Lü, 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 lü. Hat er mal. Ach, sieht das nicht schön aus irgendwie? Na ja. Lü, lü, lü. Überall ist das hier sicher und schön ausgeleuchtet. Und alles. Das ist auch immer schön positiv. Weg. Schweinchen. Schweinchen. So. Ach, hier ist kein Regen drin. Wir warten wir einfach bis es aufkommt. Nein, Spaß. Eben rüber. Eben zur Schmiede die Sachen verarbeiten. Denn dort hab ich mir Öfen stehen. So. Teilen wir das mal auf. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da. Und da. Und da. Und da unten. So. Da kommt das rein. Da unterkommt das rein. Da unterkommt das rein. Und da unterkommt das rein. So. Jetzt kann das was werden. Und das hier in ganz viele kleine Stückchen machen. So. Hier war es acht. Dort. 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 Wir müssen das mal eben so ein bisschen verarbeiten. Dann wird es auch ein bisschen wärmer für uns. Das Westen ist ja ein bisschen kalt. Dann poppen wir da ein bisschen mehr rein. Aber wir können einfach nur deswegen. Hey. Mitnehmen. Ein bisschen da rein nochmal. Und noch ein bisschen da rein. So. Das lassen wir jetzt mal verarbeiten. Wir gehen hier mal eben kurz rein. Ist ja ein scheiß Wetter da draußen. Haben wir hier schon was eingelagert? Nein. Natürlich haben wir jetzt auch keine Wolle dabei, um uns hier im Bett hinzustellen. Ah. Das ist ein bisschen doof nachts wieder zu. Brother. Ich gehe ungern nachts irgendwie raus. Vor allem das ist ja schon alles im Verarbeiten. Naja. Ich gehe mal so lange während das Verarbeitet Wolle holen. Und dann machen wir uns einfach mal ein Bett. Ich habe eine bessere Idee. So. Die Wolle holen wir nicht von eurem Wasser. Und ich weiß, dass da überall eigentlich Schafe sind. Das heißt. Ich will mal gucken, wie das nochmal ging. Wir bauen uns eine Schere, heißt das. So. Hey. Geht ne. Ich will das wieder reinpacken. Okay, dann nicht. Dann geben wir uns mal Wolle von den Schafen. Da ist auch schon eins quasi direkt da vorne. Du du du. Autsch. Ja, hier sind direkt Schafe rum. Sollen wir uns dann rumquälen und irgendwie Wolle da holen. Ach egal. Schafe. Das weiß ich. Oh, Wolle. Da unten. Was ich sehr schön finde, dass die Wolle natürlich nicht nackt. So ein Höschen an haben mit einem Herzchen drauf. So gehört sich das auch. Ja, Kinder, das ist im echten Leben auch so, dass die Schafe das haben. Hm. Meckt euch das fürs Leben. Schafe. Ich weiß, dass wir... Bist du ein Schaf? Nein. Das sollten uns auch kein Schafen. Nee, ne? Gut, dann hol ich mir da hinten das. Schäfchen. Auf dem Baum da. Komm her. Wolle. Wolle. Oh, oh, oh. Wolle, 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 wolle. Und weg. Weg. Lass mich. Ich will doch nur raus hier. Oh, 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 oh. Ich bin auf meinem Weg. So. Wie ich sie hasse. Wir sind und bleiben einfach unsympathisch, diese bösen Monster. Stimmt immer nur. Es ist immer nur im Regnen. Es ist echt schlimm hier. Boah. Eben kurz hier rein und dann machen wir jetzt gleich Tag. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Bett. So, dann machen wir es mal im Tag. Ah, ein Bettchen. Nomm, 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 nomm. Guten Tag. Alles regnet immer noch. Ach, nicht mehr. Cool. Das finde ich positiv. So, dann können wir jetzt gleich die Kohle wieder alles mit rausnehmen. Und so alles auf einmal verheißen hat ziemlich gut geklappt. Haben wir uns ein bisschen Zeit mit erspart. Und auf geht's zurück. Und viel Kohle haben wir da gar nicht so verbraucht, richtig. Daher passt das alles. Dann gehen wir zurück und haben erstmal genug Eisen. Ah, genug Eisen haben wir erstmal genug Eisen. So, Moment mal eben. So. Blödmann. Ich bräuchte aber wieder Facken, ne? Das ist ein bisschen doof, irgendwie. Brücke. Ein schwarzes Huhn. Oh mein Gott. Das kann doch was Böses bedeuten. Schwarze Hühner. Das ist doch nicht gut. Au. Nicht, dass ich was für ein Schwarzer hätte, aber... Ähm. Tiere. Es heißt doch immer irgendwie das Böse... Ich halte die Klappe. Ich meine einfach nur, dass die Hühner schwarz... Es heißt ja immer das schwarze Schaf. Ne? Und daher, deswegen meine ich das so, ne? Kohle. Kommt da unten hin. Futter. Nam, nam, nam. Wolle. Nam, nam. Wolle? Was laber ich da? Das hat alles da rein. Ich hab eine ganze Fackel, obwohl das behalte ich mal. Obwohl, nein. Hab ja hier noch Stöcker. Dann bräuchte das ja eigentlich gar nicht, ne? Außer wenn ich das falsch herum hin packe. Das ist so. Ach, hab's auch wieder ein paar Fackeln. Da fackel ich nicht lang. Okay, ich hab's auch mit ne Flachwitzen. Noch die Ziegel da rein. Haben wir auch ein paar Ziegel für zwischendurch. Klingt falsch. Mann, Mann, Mann. Habt ihr Hühnereier? Ah, ja. Ah, ist auch schön. Wieder sechs Eier. Fangen wir die mal wieder da rein. Und ich bin dafür, dass wir demnächst mal eine Zuckerroof-Farm bauen werden. Ne?